okay also hier kommt nichts hier kommt wirklich nichts ihr könntet einfach wegschalten theoretisch das witzige ist immer wenn jemand sagt haltet doch einfach weg dann passieren immer die witzigen dinge fällt mir gerade auf na mama also ich für mein teil ich bin jetzt gerade so vergesslich dass ich tatsächlich geschafft habe jetzt gerade ist mir was eingefallen was ich auf keinen fall hätte vergessen dürfen um ist mein kopf platzt ja gut manchmal ist es wirklich ein segen und ein fluch wenn man zu viel grübeln kann ich mache jetzt nichts mehr wir sehen uns wieder bei meinem nächsten video aber da passieren auch nicht viel mehr also ihr könnt euch immer noch alte videos angucken wie gesagt immer noch um die 500 stück also da kann man aufholen ihr habt jetzt zeit um einen aufzuholen machen wir das doch zum aufholmonat ja gut wir sehen uns dann wieder bis bald tschüß